Sieben, let's go! Und? Sieben, let's go, Digga! Ja, was, drei Roller! Der Helium Boxer feiert seinen ersten Geburtstag. Zur Feier des Tages kommt am 1.6.2020 um 15.15 Uhr die neue Geburtstagsbox raus. Erhältlich auf www.scheißboxer.shop. Limitiert auf 5000 Stück. Yo, Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pukki. Schön, dass du da dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Blue Stopp, Staps! Was geht ab? So, meine Stimme hatte ich da einfach übertöterter Stelle. Leute, Kevin ist auch am Start, ihr seht schon. Und wir machen heute mal was richtig, richtig Nices, was ganz Neues, was Revolutionäres. Das habt ihr so noch nicht gesehen, außer vielleicht bei Kevin im Video. Aber ja, hier drehen wir den anderen Teil, wo ich sozusagen den Battle Pass mache und Kevin die Big Box. Und erstmal, worum geht es überhaupt? Wie ich gerade schon erwähnt habe, ich werde mich heute um den Battle Pass kümmern und Kevin um die Big Boxen. Wir werden ganz einfache Schere, Stein, Papier Battles machen. Eins, zwei, drei. Okay, Kevin hätte jetzt in dem Fall gewonnen. Und ja, der Gewinner darf sich dann jeweils drei Dinge gönnen. Also in dem Fall, wenn ich gewinne, darf ich mit drei Stufen beim Brawl Pass kaufen. Den Brawl Pass muss ich jetzt erstmal natürlich hier, zack, überhaupt kaufen. Das ist schon mal Punkt eins, den habe ich jetzt am Start. Und Kevin darf sich dann eben drei Big Boxen gönnen, wenn er gewinnt. Das ist im Prinzip das Battle. Und der erste, der keine Gems hat, hat schon mal die erste Disziplin gewonnen. Die andere Disziplin besteht halt daraus, Punkte zu sammeln nach der Megoskala. Seht ihr auch gerade eingeblendet, ein Punkt für einen seltenen, zwei für einen super seltenen, drei, vier, epischen, fünf, fünf, mythischen und zehn für einen legendären Brawler. Ja, und das ist auf jeden Fall das Battle. Und zum Start öffnen wir erstmal beide das. Ich habe Juselen vergessen zu kaufen. Okay, dann kauft die jetzt Kevin. Okay, dann kaufen wir das jetzt. So, Leute, wir haben jetzt 80 Gems am Start. Die klicken wir erstmal weiter. 2.400 Münzen haben wir auch noch. Und dann jetzt vier Megaboxen sind das, glaube ich. Das ist schon mal der Start. Ja, Mann. Beide gleich. Okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt aber loslegen mit diesem ultimativ krassen Battle, noch eine wichtige Info. Wir haben dieses Prinzip mit Schere, Stein, Papier und dann öffnen bei Chief Pet gesehen. Und Orange Juice, deswegen, Leute, checkt auf jeden Fall die Jungs ab. Auf jeden Fall sehr, sehr nice Video. Und wir haben uns gedacht, wir klauen die Idee einfach. Deswegen grüße ich ihn raus. So, und jetzt würde ich sagen, nee, bevor wir jetzt noch starten, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Kevin. Wie viele Likes schaffen wir auf das Video? Warte, warte, warte. 14.147. Leute, wenn wir das nicht schaffen, bin ich echt böse auf euch. Okay, ich würde sagen, wir starten rein. Erste Megabox in 3, 2, 1 und ich ziehe Boxer. Let's go. Safe call Boxer. Ja, ich wusste es, Digga. Ich habe den Boxer. Ich ziehe die Supercell-ID. Hi. Ich will es, Boxer. Ehre. So, okay, weiter geht's. Nächste Box und nächste. So, jetzt ziehe ich die Boxerin, direkt das Pärchen. Oh, ne, ich ziehe Kevin an. Und ich ziehe die Boxerin. Ich habe sie gezogen. Mann, ey, gib mir die Boxerin. Ich brauche einen Traufel Boxer, ey. Okay, und das war's. Ich will. So, okay. Warte mal. Ja? Kevin, ich möchte jetzt leiser. Ja, das ist ein intenses Schere-Stein-Papier-Battle. Ja, okay, aber jetzt ist leise angesagt, ja? Also ein leises Schere-Stein-Papier-Battle. Ist mir egal. Wir haben Pantomime am besten. Ehrenmutsi. Kevin, bist du bereit für das erste Battle? Ja. Psychische Tricks. Ich mache Stein. Ich mache auch Stein. Okay. Drei, zwei, eins. Wir haben wirklich beide Steine genommen. Okay, nächstes. Du bist dumm, Alter. Ja, ich nehme wieder Stein. Ich auch. Drei, zwei, eins. Ja, ich habe den. Nein. So, okay. Das heißt, ich darf mir jetzt drei Stufen hier gönnen. Zack, Nummer eins. Zack, Nummer zwei. Und zack, Nummer drei. Die erste Stufe kriegt man übrigens geschenkt. Also die nullte Stufe sozusagen. Finde ich auf jeden Fall cool. Da ist schon mal direkt eine Megabox am Start. Und jetzt darf ich erstmal hier alles anführen und ich kriege direkt schon mal Jackie. Let's go. Das heißt, ich habe jetzt schon sieben Punkte. Korrektur. Ich habe keine sieben Punkte, sondern vier Punkte. Aber egal, ich würde mal sagen, ich mache mal weiter hier. Ich hole mir die Sachen mal ab. Zack, let's go. Auch noch hier Gems am Start. Das ist natürlich mies eigentlich für die Challenge, weil ich muss hier so schnell wirklich loswerden. Aber egal, vier verbleibende, das wird nichts Neues. Lol. Hä? Ich ziehe den nicht in super seltenen. Okay, krass. Nächstes Battle. Kevin, ich zerstöre dich jetzt. Okay. Ich nehme Papier. Ich auch. Drei, zwei, eins und... Er nimmt wirklich Papier. Okay, und große Boxen, Leute. Ich sollte jetzt, na ne, einen, ah doch, jetzt den super seltenen ziehen. Der erste Brawler ist einfach mal Rico. Kann man mal machen. Okay. So, die zweite Box. Aktuell ist unentschieden. Ja, Mann. Und, ah, mies. Okay, ich habe auch nichts gezogen. Weiter geht's. Nächstes Battle. Drei, zwei, eins. Ich nehme Stein. Ich auch. Okay, wir haben beide Stein genommen. Nochmal. Drei, zwei, eins und... Nein, jetzt hast du mich verstanden. Ja! Okay, und let's go. Oh, oh, oh. Ah, mies. Okay, und die zweite Box. Ah, mies. Komm schon. Ja, ganz normal. Oh, nee. Ah, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, äh, was nimmst du denn jetzt, Kevin? Willst du mir sagen? Hm, ja. Schere. Ja, ich auch. Drei, zwei, eins und... Okay. Okay, drei Stufen kann ich mir genehmigen. Zack, eins, zwei und drei. Und jetzt hier alles abholen. Oh, 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 oh. Let's go. Komm, komm, komm. Gönn. Gönn. Wir sind aktuell noch gleich auf den Punkten. Oh, bitte nicht. Ja, oh, ja, zwei, Bro. Oh, 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 oh. Nice. Okay, die Boxerin, ein Punkt schon mal. Und Barley, noch ein Punkt. Oh, zwei Punkte Vorsprung hast du schon mal. Ich nehm Stein. Ja, ich nehm Papier. Drei, zwei, eins. Nies, Alter. Komm, Papier. Okay, komm schon. Hey, Mann, die Bigboxen, die lassen mich echt hängen, Leute. Ich bin doch der Bigboxen, was ist das? Was wollt ihr denn mit mir? Dass du immer ehrlich bist hier, bis jetzt, was du da sagst und was du da noch nimmst? Schon, ne? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich immer ehrlich war. Ich sag einfach ab jetzt immer nur noch die Wahrheit. Ich auch. Nicht? Wer weiß. Wer weiß. Ich nehm übrigens jetzt Stein. Okay. Drei, zwei, eins und. Er nimmt wirklich Stein. Digger. Okay, let's go. Aber ich hab bisher noch nichts gezogen. Ich bin immer noch bei meinen vorgegebenen Brawlern bisher. Ja. Ich auch. Ne. Also, bei mir wirklich echt. Jetzt aber. Oh, ja. Ja, okay. Ausgeglichen. Ausgeglichen. Let's go. Okay. Und die letzte Bigbox. Ah. Ich nehm, äh. Ich nehm Stein. Ich nehm Stein. So wie immer. Warte, dann nehm ich, glaub ich, am schlauesten Schere. Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Eine wirklich Schere. Nein. Oh Mann. Nein, die Psychospielchen. Okay. Okay, gerade sind wir genau gleich auf. Schau mal. Ich hab 1020, du 1741. Oh Gott, die Stufen sind ja richtig mies. Da krieg ich ja gar nichts, Alter. Wenn du da was ziehst, dann Respekt. Was soll ich denn damit anfangen, ey? Oh nein, aber dafür gibt's gleich zwei Megaboxen. Ich darf's diesmal nicht sagen. Okay. Eins, zwei, drei. Let's go. Okay. Aktuell sind wir gleich auf. Oh, komm. Ah Mann, aber die Bigboxen, die können auch gerade nicht, ey. Miese Brise. Schon wieder nicht. Komm schon. Oh nein. Ich muss auf jeden Fall die ganze Zeit gewinnen, Leute. Er darf echt nicht hier dieses krasse Angebot bekommen, damit in zwei Megaboxen. Okay. Okay, ich rack dich jetzt erstmal mit Schere. Okay. Ich nehm einfach auch Schere, dann ist unentschieden. Okay. Eins, zwei, drei. Nein. Okay, drei Stufen. Let's go. Zack. Eins, zwei und drei. Und das scheppert jetzt auf jeden Fall ordentlich. Let's go. Erst die Megaboxen. Das ist nichts Neues. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm schon, bitte. Okay, Powerpunkte für Shelly ist ja direkt kackegal. Silvan, let's go. Nein. Let's go, Digga. Das sind sogar zwei Brawler. Das sind zwei Brawler. Ich kann doch keine Gadgets ziehen. Stell dir vor, ich könnte jetzt noch Gadgets ziehen, dann hätten es auch acht oder neun sein können. Und der erste Brawler ist einfach mal Rico. Zwei Punkte. Und jetzt? Keeper? Das heißt, ich habe acht Punkte und jetzt? Oh, ah, ne. Ja, gut. Darin. Darin. Alter, es liegt zu vier Punkten vorne, äh, in vorne. Sprachen lernen, Bubble. In Führung. In Führung, in vorne, genau. Und jetzt hole ich mir noch hier die Big Box, da ziehe ich natürlich auch noch ne Brawler. Schade. Nein. So, ich nehme Papier. Ich nehme Schere. Eins, zwei, drei. Okay. Let's go, komm schon. Große Boxen, lass mich jetzt nicht in, äh, ja, ne. Ja, ne. Enttäuscht mich nicht. Komm schon. Ich hoffe, du ziehst da nicht. Bist, äh. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Komm. Nein, Junge, was ist das denn? Oh, man. Okay, ich nehme Schere. Okay, ich nehme auch Schere. Eins, zwei, drei. Ja, 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 ja. Okay, ich bin halt einfach der, der Boss hier im Schere-Stein-Papier-Battle und ich ziehe jetzt hier auch richtig schöne neuen Brawler aus der Big Box und, ne, leider nicht. Komm, aus der hier. Oh, bitte darf ich ziehen. Ne, tue ich auch nichts. Schade. Nein, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Drei, zwei, drei. Ich nehme, warte, ich nehme, ich nehme Papier. Okay. Eins, zwei, drei. Nein. Hops, gedauben. So, die nächsten drei Stufen sind am Start. Nicht gut, das ist echt gut. Drei Big Boxen, das könnte schon schallern. Oh, nee, schade, schade. Und, oh. Komm, ein bisschen nicht. Übrigens, Leute, falls irgendwas sagt, ja, ist ja unfair, ich habe hier den Brawl Pass und Kevin hat nur die Big Boxen. In seiner Folge haben wir es genau umgekehrt gemacht. Checkt auf jeden Fall auch seine Folge ab, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und, nee, das ist tatsächlich nichts Neues. Hast du nochmal Glück gehabt? Halt, ich muss jetzt hier mal wieder ein paar Runden gewinnen. So, und ich weiß, was ich nehme, aber ich darf es nicht sagen. Okay, eins, zwei Mal, ja. Okay, nochmal. Drei, zwei, eins. Du kleiner. Easy. Ja, ich bin halt einfach ein Profi in dem Modus und schon wieder zwei Mega Boxen. Okay, das muss jetzt schallern. Fünf verbleibende, schade. Schade, schade, komm, 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 komm. Ich muss nicht. Oh, ja, let's go. Let's go, 12 Punkte schon und du bist immer noch bei sechs, glaube ich, ob ich nicht alles treufe. Das muss man nicht draufholen, glaube ich. Okay. Sehr einfach. Drei, zwei, eins. Stein. Und Stein. Nein. Okay, nochmal. Drei, zwei, eins. Ich nehme jetzt Papier. Ja. Gott, Alter. Okay, dann gönn ihr mal. Und jetzt aber. Nein, ey, die Boxen, die lassen mich aber auch hängen. Oh Mann, die lassen mich so hängen. Was tut ihr nur mit mir? Ich gebe keinen Bock auf dich. Easy. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Okay, hier, um den Papier. Drei, zwei, eins. Schere. So, Schere, Stein, Papier. Fuß. Ja, Fuß hat gewonnen. Der gute alte Fuß. Und los. Ey, das ist echt lächerlich, Alter. Das ist wirklich lächerlich, Leute. Was mache ich nur falsch? Das ist hier die Frage. Oh Mann. Oh Mann. Ich ziehe halt nichts. Ja, let's go. Nichts. So, ich nehme Stein wieder mal. Habe ich schon lange gestellt. Okay, ich auch. Drei, zwei, eins. See. Nein. Oh Gott, das sind aber schlechte drei Stufen. Eins, zwei und drei. Ja gut, immerhin 30 Boxen. Das ist gleich wie du jedes Mal hast. Deswegen, von dem wir eigentlich nicht schlecht. So, let's go. Ist aber leider nichts drin, oder? Kommt, nein. Kevin, ich raggede. Ich bin stark. Ja, nee. Nee, nee. Patz auf jetzt. Und drei, zwei, eins. Go. Ja. Ja. Jogi, du hast so oft auf deine Hand gerade geschlagen. Ja, das war der Stein. Der wollte es unbedingt. Ja. Jetzt aber. Ey. 69 Gold, aber Ehre. Ah, ja, ja, ja. Oh nein. Nein, bitte nichts Gutes. Ich konzentriere mich jetzt. Es wird jetzt Leon. Hm. 12 zu 7. Haha. Kevin, du holst ja richtig auf, ey. Krass. Oh. Nee. Easy. Easy, komm. Okay, los geht's. Ich sag dir gar nicht, was ich nehme. Ich zerstöre mich aber so. Und los geht's. 3, 2, 1 und. Nein. Das sind Steine. Das sind Steine. Das sind Steine. Warte, warte, warte. Nochmal. 3, 2, 1 und. Nein, dicker ist off. Nochmal. 3, 2, 1 und. Nein, das gibt's noch nicht. Das ist so spannend. Okay, 3, 2, 1 und. Digga, wirst du nicht aufpassen. Nochmal. 3, 2, 1 und. Ja, let's go. Easy. Boah, das war gerade intense, das Battle, Alter. Das war gerade intense. Alter, das ist immer noch fast gleich auf. Ich habe 1.270 Gold. Okay, und da kann ich gar nicht sehen. Und guck dir das mal an, Digga. Warte mal, da ist nur eine Bigbox drin. Und da ist leider nichts drin. Schade. Na ja. So, Kevin. Jetzt wird's verstanden. 3, 2, 1 und. Nein. Schade. Okay, 3, 2, 1 und. Ja. Nochmal drei Stufen. Oh, 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 oh. Guck dir das mal an. Oh, und er zieht schon gar alle gleich. Er zieht gleich schon gar alle. Ich zieh gar alle. Also übrigens, wenn man Gale zieht, bevor man den, Leute, 38 Gold, nichts Neues, bevor man den hier freischaltet, gibt das 20 Punkte, haben wir uns schon darauf geeinigt, ne? Ähm, ja, aber das wird's leider nicht spielen. Let's go. Oh, was, Gale, Digga? Oh mein Gott. Niemals. Let's go. Ja, ist schon nice. Ist ein geiler Brawler. Okay. Ich bin bei 1050 Gems. Weiter geht's. Stein. Mhm. 3, 2, 1 und. Das ist echt schlimm. Der Junge, der hat echt, äh, dass er studiert, glaub ich. Ja, ich bin einfach, ich kann da die Gedanken lesen. Das ist das Ding. Easy going. Okay, und komm. Na, nee, da ist aber nichts drin, außer in der Brawlbox, nee, auch nicht. Weißt du, grad, ich hab studiert, das stimmt tatsächlich, ich werd dich jetzt nochmal auf Ansage zerstören. Los geht's. Warte, ich hab grad analysiert, dass du, äh, Papyrus nimmst. Papyrus, Papyrus. Und dann muss ich Schere nehmen, okay, und. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Papyrus. Schere. Hab ich nicht gesagt, ich hab studiert, Kevin. Eins, zwei und drei. Let's go. Heute, wie nennt man den Studiengang, den Pupi studiert hat? Schreibt's mal in die Kommentare. Schere, Stein, Paper. Für, für Profis. So, so heißt das. Oh mein Gott, Digga, als ob da nichts Neues drin ist. Jetzt hab ich aber schon lange nichts Neues mehr gezogen. Lol. Also ich power nochmal ganz kurz alle Brawler, die gehen auf Power 7 hoch. Das sollten auf jeden Fall die drei, sie sein. Let's go. Dann kann ich theoretisch auch neuen verbleibenden oder so mal easy ziehen. So, ich zerstöre dich jetzt wieder auf Ansage. Los. Brauchst du mir gar nichts sagen, einfach los. Drei, zwei, eins und. Schere, Stein, Papier, Stein. Ah, hab ich ja gesagt. Das ist echt wirklich, also, das kann ich euch nicht sagen, Leute. Zwei, drei. Oh mein Gott, du hast jetzt drei, äh, zwei Megaboxen. Sehr, sehr schön. Erreichen, Alter, ich darf nicht erreichen. Let's go. Natürlich erreiche ich die jetzt. Okay, da ist leider nichts drin. Komm, Powerpunkte gönne ich mal, äh, äh, der Jackie. So, rasier dich jetzt wieder auf Ansage. Los. Drei, zwei, eins und. Leider doch. Ich konzentriere mich jetzt, werde mit der Eins der Big Box, mit der Eins Big Box werden. Werde eins mit der Big Box, werde eins mit der Big Box, werde eins mit der Big Box. Wer ist denn jetzt der Big Box Profi, Kevin? Ich bin noch nicht eins mit der Big Box. Der, der ist wohl schlecht, der Big Box Profi. So, okay, easy going, hab's wieder zerstört. Drei, zwei, eins und. Jetzt rackst du mich. Was soll das denn, Kevin? Was soll das denn? Los. Ja, ich bin mal gespannt. Aber ich, ich sag mal so, ich werde jetzt auf jeden Fall einen legendären Brawler ziehen. Und, äh, das ist halt... Nein, erzähl was Neues, bitte nichts Gutes. Der Eins mit der Big Box. Werde noch mal ein, der Big Box, werde eins mit der Big Box. Ja. Nein, das ist das. Oh. Noll. Sie hier sind Boxer. Hier haben wir eben, mach's mal. Freit mal Zwischenstand gerade. Ja, ich hab zwölf Punkte, du hast zehn Punkte. Ich will dich jetzt zerstören, weil dann hab ich die Mega Boxen. Drei, zwei, eins und... Digga, du rackst mich ja jetzt gerade anders. Ich konzentriere mich, Leute. Seit wann nimmst du Schere, Alter? Seit wann nimmst du Schere? Ja gut, dann werde ich jetzt halt Stein nehmen. Das ist ja easy, dann rack ich dich ja. Und jetzt in der Box zwei neue Brawler. Nein. Drei, zwei, eins und... Haben wir in den Spiels mal umgedreht. So, und jetzt geht's aber los, Digga. Da gibt's wieder zwei Megaboxen. Da hin, nein, ey, ich konnte... Aber das ist jetzt das, Alter. Und jetzt da... Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich darf nicht hingucken. Okay, okay, pass auf, pass auf. Ich mach jetzt was richtig krasses. Oh mein Gott, ich kann für vier Brawler jetzt Gadgets ziehen. Das ist richtig, richtig heftig. Ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Drei, zwei, eins und... Acht verbleiben. Oh, gut. Oh, ja, ja. Mann, Digga, das gibt's doch nicht, Alter. Nein, gar nichts gezogen. Oh mein Gott, Leute, ich hab noch eine Spanke. Ich muss noch aufholen. Ich muss nur einen krasseren Brawler ziehen als super selten. Komm schon. Warte dich, so. Drei, zwei, eins und... Nein. Nochmal. Drei, zwei, eins und... Yes. So, da gönne ich mir nochmal. Zack, eins, zwei, drei. Oh, da ist die nächste Megabox, Kevin. Die nächste Megabox. Oh, und ja. Oh nein. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, jetzt aber neun verbleibende. Drei, zwei, eins und... Oh Gott, Alter, ja. Das passt doch nicht. So, jetzt checken wir es noch mal. Drei, zwei, eins und... Okay. Okay. Drei, zwei, eins und... Okay. Ähnlich hast du auch mal wieder gewonnen. Aber guck, ich bin der Experte auf diesem Gebiet, Alter. Ich hab das studiert. Ich hab das sehr bestellt, das hier durchgespielt, Digga. Komm, bitte jetzt. Bitte, bitte, bitte. Go, Digga. Let's go. Drei, zwei, eins und ich nehm Stein. Okay, ich auch. So, drei Stufen. Eins, zwei, drei. Oh, da gibt's bald wieder Megaboxen. Lecker. Nein, du bist gleich schon durch, Alter. Merk ich gerade. Ja, easy, Digga. Easy, easy. So, Rico bekommt erst mal Powerpunkte, dann hier die Pickbox, okay, ja. Aber, pass auf, ich habe den Legendären noch nicht gezogen, der kommt jetzt gleich noch. Darauf musst du dich schon mal gefasst machen. Werde eins mit dem Stein. Okay, ich auch. Werde eins mit dem Stein. Ja, passt. Werde eins. Ja, reicht. Drei, zwei, eins und... Zwei, drei, Stein. Nein. Ja, eins mit dem Papier. Mit dem Stein. Okay. Drei, zwei, eins und... Ja, eins, zwei, drei und ja. Nein. Let's go. Kevin, ich habe dich einfach, äh, ich habe einfach das Game durchgespielt, Alter. Da brauchst du mir nichts erzählen. So, let's go. Zwei verbleibende und jetzt nochmal zwei Megaboxen. Die müssen jetzt gönnen, Kevin. Let's go. Sechs verbleibende, okay. Das wird was Neues. Bitte kein Geld. Yes. Let's go. Penny. Der fünfte Superselten. Das heißt, ich bin bei 14 Punkten angekommen. Und die nächste Megabox, fünf verbleibende. Nein. Das gibt es nicht, gelb in den Gems. Okay. Werde Stein mit dem Eins. Eins mit dem Stein. Drei, zwei, eins. Werde Papier mit dem Stein. Nein. Und ja, jetzt los. Bruh. Das ist unmöglich. Das ist wirklich echt lächerlich, Alter. Junge, ich verheb dich jede Runde. Ich bin gleich jetzt fertig. So, Megabox und komm. Fünf verbleibende. Warum gönnt die Megabox nur fünf verbleibende? Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Ja, 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 ja. Ich habe erst drei Verbrauchte. Ja, ja, ja. Ich kann immer noch aufholen. Ich muss jetzt noch alles gewinnen, Leute. Warte eins mit dem Stein. Okay. Drei, zwei, eins. Nein. Nochmal. Drei, zwei, eins und. Easy. Kevin, du bist halt einfach so vorhersehbar. Es ist halt zu easy für mich. So, let's go. Ich bin gleich durch. Einmal noch gewinnt. Fünf verbleibende. Komm, Powerpunkte für. Ach komm, machen wir das auf Penny. Let's go on a big box. Oh ja. Was? Jetzt bekommt man keine Punkte. Das ist belastend. Okay. Bitte nur, gib mir nur eine Chance. Du passé Gott. Komm auf mein Seite. Bitte. So, ich nehme Stein. Drei, zwei, eins und. Ja. Das ist dies nicht. Okay. Ja gut. Ich gönne dir jetzt mal auch ein paar Bigboxen und so. Ich gönne sie dir einfach. Das Ding ist, du bist halt Real Talk total kackiert im Spiel, Kevin. Wie kann das denn sein? Das hätte aber auch was werden können und. Das wird nichts mehr hier. Ja, let's go. Okay, Kevin. Ich werde eins mit dem Papier. Drei, zwei, eins und. Okay. Noch mal. Drei, zwei, eins und. Drei, zwei, eins und. Leute, jetzt. Das ist so episch, Alter. Oh mein Gott. Ich finische gleich. Gut, ich habe noch ein paar Gems dann. Ja. Nein. 120 Gold. Komm, bitte. Das heißt aber, dass es Leon ist. Das heißt, glaube ich, dass es Leon ist. Bei 120 Gold müsste es Leon gewesen sein. Wenn ich jetzt, ich muss einen krassen Brawler ziehen. Jetzt nicht. Oh, ja. Ghost sind drei Punkte, sind drei Punkte. Digger, diese Animation, Alter. Ich dachte gerade, irgendein neuer Brawler, Alter. Komm schon. Ich brauche aus der zweiten Box jetzt da. Muss jetzt nochmal. Ah, aus der dritten Box meine ich. Okay, jetzt bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja. So, ich tue nach wie vor. Okay, drei, zwei, eins und. Okay, nochmal. Drei, zwei, eins und. Komm schon, komm schon, komm. Seit wann gewinnst du, Kevin? Seit wann gewinnst du hier Schere-Stand-Verflüge nicht? Das gibt's ja gar nicht. Komm schon, bitte, 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 bitte. Ich muss jetzt nochmal hier. 69. Ja, gut. Das heißt, ich muss nicht erwarten. Oh, nein. Let's go. Also, Kevin, ich nehme das Schere. Drei, zwei, eins und. Nein! Was? Level, ich bin durch, ich bin durch, aber, ähm, ja, äh, ja, vielleicht, ähm, ne, ich weiß nicht, ich glaube, dass zwei Punkte oder sowas mehr als ich oder drei. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr haben. So, erstmal den Skin abholen für Händler-Geld, also für Geld und Händler-Geld und jetzt die letzte Mega-Box hier heute, fünf verbleibende, aber ich würde sagen, ich gönne mir jetzt auf jeden Fall noch die aus dem Shop und, äh, verwerte noch die paar letzten Gems. Ich meine, was soll der Geist, zwei Boxen noch? Ich mach das einfach out of the game, ne? Also, wenn ich jetzt das ziele, zählt das nicht zu den Punkten. Wir gucken mal, fünf verbleibende. Ich ziehe sowieso nichts, also, von dem her, kackegal. So, let's go, und sieben, let's go, digga. Das sieben verbleibende, digga. JET, WAS, DREI-BRAWLER, als ob ich jetzt zum Ende noch sowas krasses ziehe. Das ist, das hätten wirklich acht sein können. Das hätten wirklich acht sein können, als ob ich jetzt zum Ende hin nochmal sowas krasses ziehe. Oh mein Gott, Leute. Letz'n Dombro, was soll's sein? Der letzten Box. Krank, Alter, krank, krank, krank. Okay, Leute, und wir gucken jetzt rein. 1, 2, 1 und Gadget. Oh mein Gott, das geht nicht dazu. Ich bin so lost. Noch ein Gadget. Und? Die Kneipenschlägerin. Let's go, digga. Nice. Oh mein Gott, Alter. In der letzten Box, vor allem zwei Big Boxen, da habe ich noch, die öffne ich auch noch, auf eurer Just-Off-Fan. Aber, digga, das war ja mal mega krass, jetzt noch zum Ende eigentlich acht Verbleibende. 13 Punkte. 14 Punkte. Ich habe genau 14 Punkte. Ein Punkt mehr. Ein Punkt mehr und wir wären unentschieden gewesen. Das heißt, ich habe in beiden Disziplinen gewonnen. Ich habe erstmal schneller hier meine Gems ausgegeben und habe noch mehr Punkte bekommen. Also, Kevin, du bist ja eindeutig der Loser heute. Oh Mann. Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Da schaut auf jeden Fall auch bei Kevin vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie ich dort, hart gewonnen habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Bis dahin, haut rein undice. Bis dahin, haut rein und ajuste